Lüchen, liebe Zombie-Jäger. So, es geht auch wieder weiter. So, dann gucken wir erstmal, dass wir bei uns halt Heilmittel und sowas schaffen können. Was wir... Sorry. Was soll eigentlich nicht passieren? Beides auch mal gut. Hier kann ich allerdings normal laufen. So, lass mal alles durch hier. Oh, sogar eine Vorratstasche. Sehr nice. So komme ich dir die Zahlen nicht mehr durch. Och, Mann. Okay, alles klar. So, lass ich mal, geht's. das ein. Okay. Butter sollten wir auch reparieren. So. Wirklich zum Lachen produzieren. Seht, beim Raufen. sehr gut. Nicht ziehen. Nix. Oh, Bretter. 3 das ist schon mal sehr nice das ist nicht dass ich mich damit aus der leben erzielt ich ein zischelstein das ist ja mal irgendwas und uns eigentlich nix schlagring sollten zehn pfeuern machen habe ich leider nichts für ok alkohol noch was brauchen wir jetzt so energie Ausdauer ist halt sehr wichtig haben wir das aber noch verbände ich gucke und dann habe ich zwei Ende habe ich vier gehen wir mal so ein paar verbände und kann uns noch eins machen können uns wir gehen mal hier dran haben 18 hier noch ohne Waffen Schaden dann auch voll okay haben wir sonst noch irgendwas was wir vielleicht gebrauchen können wäre eigentlich ziemlich nice ist glaube ich nichts mehr nur das Tor hier sind wir irgendwas umfliegen schade 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 wir sind wieder gut gerüstet warten und dann können wir da auch direkt bei Ausdauer erhöhen später gesparten müssen naja so das dürfte jetzt erstmal reichen 86 okay dann gehen wir mal wieder los so das stimmt hier war es ja ziemlich heftig da war nur eins okay wir müssen aber da hin hier doch nochmal das wir jetzt nicht so viel abkriegen das wird uns den größten teil durchschleichen können brauchen wir eben nur ein Benzin okay jetzt ist die frage wo es ist kommen wir nicht so weit weg da sind jede Menge Zombies Decke hier mal das Benzin ist da oben jetzt denke ich mich mehr her Gucken wir mal das ist ein Dreizeichen hier sieht man leider nicht zu wenig erst da rüber gehen ich hab keine Lust drauf ich hab echt keine Lust auf so einen Riesen ja klar wieso geht das nicht so schnell wie ich das gern hätte okay okay ach schau mal na Herr Kampf äh genau mal die sich bedanke er lebt nur noch okay erst mal schnell heilen oh du war das lieber das ist ja das Jahr das ist ja auch das ist ja auch schön nicht für mich hier starb was kann eigentlich nicht braucht vielleicht bringt uns das was das ist nicht umsonst hier zehnter lautsche in den zombies und erziehen sie auch hier das auch gut da schon wirklich gar nicht haben das sind was wir ziehen ist genau da drin Uhhh. dach dankeschön weil jede menge drei schaffte ist ja gut wie nix da kommen wir uns noch ein bisschen was herstellen leider nicht aber hier werden ab zum auto zurück dürfte eigentlich schon reichen und wir sind schon wieder aufstiegen 344 so sind die alle so aufgebracht sind die alles aufgebracht hallo alter schwede schweig 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 Schnellweg, 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 Schnellweg. Total 3, das ist sehr nice. So, da haben wir nur eins, das ist sehr gut. Da waren wir jetzt ein bisschen sehr viel Zombies. So, auf geht's. Oh Gott, hier gibt es wieder sehr, sehr viel. Das machen wir wieder so durchgucken. Schluss. Wenn es hier nicht hier drin ist. Okay. Jetzt auch nur ein Bass. Eine Werkstatt, kann man hier gleich was herstellen? Ah, was ich wieder nicht brauche, ne? Okay, das suchen wir hier. Ach, ja, es macht uns hier nie leichter, aber mal das hier mal reinhauen. So, können wir uns ja hier eins holen. Ach, das ist das Ding, doch. Oh, ich bin jetzt noch ein bisschen, na. Ich bin jetzt noch einiges. das sind ja auch machen scheiße da sind auch wieder so schöne Sachen drin aber ich will das jetzt nicht aufmachen ist mir eindeutig zu viel 3 muss man schnell gucken wegen nachkampf wenn man hier hier ist auch noch was und wird es zu spät angezeigt warum zeigst du das zu spät 106 so habe ich keine anständige waffe das ist eine tasche das ich nicht brauche das ist ein riesen will keiner okay dann muss ich hier unten durch guck mal hier unten ich glaube nicht dass da oben ist das müsste ja mehrere geben was das das bleibt das sonst noch in unserer wahl ja dann machen wir das hier aus Ölfilter scheiß ich komme nicht da durch ich bekomme ja längst da fest sehr gut akku noch ein heißer nein sagt mich dass da nichts ist nein sagt mich dass da nichts ist okay okay dann rasen wir uns mal hier oder durch wie immer ach ey shit Vincent ist genau wieder da oben mitten bei dem riesen ah fuck you da ist auch wieder so ein wie ich so hasse gut eher mal eine frage was habe ich nicht so an dem spiel was hast du schönes für mich ich muss umgegucken dass ich da hoch komme wo ist denn hier Benzin dann ach du scheiße ich darf hier nach Benzin suchen ach du scheiße ich darf hier nach Benzin suchen ich darf hier nach Benzin suchen ich darf hier nach die Tasche ich habe hier jetzt kein Benzin mehr oder was ich benutze wohl mit Fragezeichen ich vermisse das auch gut ich vermisse das auch gut vielleicht brauche ich zum Glück auch kein Benzin mehr hier ist rein gar nichts ok dann gehen wir mal zum Auto zurück gucken wir einfach mal ich denke nicht dass wir das was brauchen oh wieso hat er mich jetzt denn gesehen der ist aber jetzt sehr lange gehalten ok dann habe ich das auch sehr gut ok dann brauche ich das auch noch rein ich brauche 3 dass man so machen mit den nirgendwo wir haben keinen treibstoff mehr, wir haben zwei möglichkeiten das sind sehr viele, wir gucken erstmal hier oben da ist auch noch was, nehmen wir auch mit ekelhafter Fettsack das ist ein komischer großer noch, das sind zwei Sachen sogar oh, ah shit, wieso hat sie sich nicht abgerollt ach man, das ist genau das eingetroffen was ich nicht wollte so okay, erstmal sehr gut wir haben auch keine Ausdauer mehr sollte man das auch erstmal machen okay leider nix wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen und wir sehen uns zum nächsten Mal bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann